Hallo Leute, herzlich willkommen zurück, hier ist wieder alles im Zockerland. Ich werde mal jetzt einfach ganz schnell starten, ohne groß rumzuschwadronieren. Wir haben letzte Folge Quality Time mit Aerith verbracht und dann wurde das Schneidergebäude angegriffen und jetzt sind wir auf dem Weg dahin. Und ich habe ganz viel Bock auf die Schnellstraße. Ja, schön euch zu sehen. Ja, ich habe voll Bock ab euch. Au! Au! Oh, der ist, der ist, der ist, äh, hängig da. Bis dann! Alter, äh, äh, ich... Äh, 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 äh! Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich wohin gelegt habe. Wie immer hier. Naja, schau mich noch. Ich glaube, ich gucke in die falsche Richtung, oder? Ja, ja, da muss ich hin. Ich übertreib mal nicht. Ich glaube, meine Lautstärke ist ein bisschen leise. Oh, du dicke Backe. Die habe ich ja in... Oh, Alter. In großgehasst. Ach, was heißt gehasst beim... Ja, hier, Heil-Heil-Signal. Das sieht gut aus. Oh, ist das hübsch. Nice. Nicey. Oh, Stoffenaufstieg. Ich habe schon lange nicht mehr gehabt. Ja, gut, mir blitzt. Da geht es auch raus. Äh, äh... Es werden ja immer mehr. Oh Gott, sie sind... Äh, irgendwann kommt, glaube ich, den Geil noch. Boah, das ist so viel Feuer. Nice. Jetzt, jetzt, das wäre richtig nice. Jetzt die Hebel-Attacke zu haben. Kommen da immer mehr raus? Was? Ich glaube, die hebe ich mir nochmal auf. Vielleicht brauche ich sie ja auch gleich dann. Oder... Steckt das? Steckt sich das? Wir gucken mal, ob sich das steckt. Jaaa. Irgendwie kann ich auch vloggen mit R. Habe ich noch Barriere? Ja. No, das ist passiert. Oh, das ist so schwer. Oh, der stand ist, Herr. Vierter gut. Aber sie haben viel Zeit. Wann ist das? Da muss man hurry. Oder nicht. Oh. Wow. Ich muss erst mal gucken, dass der so... Der wird auch nicht so viel weg. Aber der bleibt schon noch super lange stehen da. Da gehen wir ja schon. I don't know, wie viel HP brauche ich noch? Ich? Viele. Oh, das hat sich nicht mehr gestackt. Oh, da hatte ich so viele verloren. Doch gar nicht so viele verloren, oder? Ja. Plop. Plop. Bin ich irgendwo im... Irgendwo im Tausch? Bin ich unverwundbar? Bin ich nicht nur unverwundbar? Das hat mir ganz viel weggenommen. Uff. Au. 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 I don't know, so richtig kann ich mich nicht an seine Sympo gewöhnen. What the heck. Ach ne, das ist Angel. Wurde ich auch sagen gleich die alte Drama Queen aber... Äh gut, Angel ist doch die Drama Queen. Ich brauche deine Hilfe. Ja? Ja, ehrlich gesagt. Was denkst du, Angeal? Ich bin nicht wirklich sicher. Manchmal fühle ich mich so, als ob mein Geist ist in Fog. Aber Zack, egal was passiert, ich muss meine Honour schützen. Wie lange ich die Buster-Sword stehe. Zack, mit meinem Kampf. Unserser ist alles, was schützt. Okay. Ich werde dir helfen. Ich werde dich da. Ich bin einfach jedes Mal wieder fasziniert, wie die mit einem Flügel fliegen können. Hey, sorry. You're late. Sephiroth. Du bist dann. Hm. Auf geht's. Ich bin sicher, dass Hollander hat sich die Genesys zu erinnern. Ho-Joh. Ho-Joh? Wie in... Ja. Der Direktor des Schinders-Szenen. Hollander glaubt, Ho-Joh hat ihn von seiner rechtlichen Position. Dann hat der Ziel der Szenen sein, der dort steht. Aber auch die Buster des Schinders. Ich werde dir das Schinders-Szenen sein. Das ist die Chins-Szenen. Das ist die Chins-Szenen. Ja, das ist so gut. Dann hat er die Buster. Ich gehe nach außen. Zack, ich gehe nach Ho-Joh. Ich bin für Sie. Das ist das. Es kann schon schief gehen, hau doch zurück. Ist da noch irgendwas, wenn es rausfinden? Oh, die sind hübsch, mit den lila Lichtern. Oh, was? Es soll auch so ein lila Lichter, das ist neustisch. Ja, und ich werde meine ganzen Farbe wieder weg, oder wann nach dem Kampf wieder auf Standard. Habe ich eigentlich schon mal den Kampf verlassen? Vielleicht solltest du es einfach mal erzählen, damit ich es mal getan habe. Wir speichern mal, ich habe ja so viel geschafft. Ich kann mich dann bauen, doch? Ja, kann ich doch. Äh, ähm, ne, da geht's nicht. Oh, wow, das hat sich ja richtig gelohnt. Oh, jejejejeje. Das ist gar nicht so hart. Alter! Ich würde gerne mehr mal mehr als drei Schritte machen können. Ähm, leider rechts auch hin und geht gerade aus. Komm ich rein? Ich komme rein. Verschlossene. Ohhhhhhhhhh. I know this place. Cloudfire. Was ist da da? Da ist alles gelohnt auf der Seite, oder? Boah, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ja. Krass. Guck mal, ob ich mich hier wieder ein bisschen an der Wand hineinschneiden kann. Okay, ich sehe eine Truhe. Sonst nicht viel. Kann ich irgendwas ankommen? Ah! Oh! 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 Da im Dunkeln. Ganz in der Ecke. Und ein Heilmittel. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie aus Kämpfe kommen. Noch nicht. Oh! Da ist noch ein Speicherpunkt. Was soll's? Gönnen wir uns. Die nehmen wir auch noch mit. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Wahrscheinlich nicht. Schöne. Was sie was, Susie? Nein, Sample. Nein, Sample. Da ja. Gönnen Sie was, Susie? Nein. Sample. Da ja. Und so, du bist meine Protektion? Insofern, kannst du mit mir kommen, bitte? Hehehehe! Degratungsmonstern sind nichts zu bemerken. Du bist du über Genesis? Insofern bin ich. Ich bin ein Memento von der Vergangenheit. Wenn man könnte, wenn man eine Unklassified-Liefeform ein Angellt. Unklassified-Liefeform? Die Celestial-Kalammatie, Genova. Uh... Du musst es nicht wissen. Die Soldaten ist nicht zu denken. Nur folgieren deine Orte und mich schützen. Ich hab's allerliebst. Danger! Do not touch! Hehehehe! Ui! 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 Man, was ist das? Es ist so heiß hier. I'm gonna dry up. Where am I? You're joking. Monsters? Now? Oh, mein Klingel. I'm gonna pass out if I fight in this heat. Wait. What? Dismateria. It's not mine. Whose is it? Well, no time to think. I'll use what I got. Versuchsmateria. Testvorrichtung aktiviert. Versuchsmateria werden überprüft. Brutomagieschwert. Wiltra. T-P-Turbo. MP-Turbo. FP-Turbo. Versuchsmateria ausgerüstet. Monster ausgesetzt. Nutzererkennung abgeschlossen. Zagfair. Rang 1 Soldat. Weitschaftsmodus. Beginn des Experiments. Aktivieren in Kombat-Mode. Wo? What? Woah. Ohohohoho. Ich will das. Was habe ich mich da reingeritten, ey? Das ist Tamera. Das war die ganze Zeit, flailing your sword wildly at the machine. I was able to gather some good samples. However, due to your rough housing, a rather expensive machine was destroyed. Sorry. I assumed you were familiar with virtual environments. Are you truly a soldier member? Ja, Rang 1. This was merely a test for a prototype materia. You will have to pay for the repairs. I will inform the proper department to garnish your salary. Don't worry. I will just pay for the repairs. 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 The repairs. I will just pay for the repairs. Fehlerunzureichende Makoladung. Das war ein Ticken zu früh. Hä? Ich habe hier eine Uhr oder zählt das erst ab, 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 wenn die was? Ich bin verwirrt. Ich habe hier eine Uhr direkt über meinem Fernseher. Oh, exakte Regeneration Trophäe erhalten. Hatte das doch auch einen Sinn. Zumindest für die Trophy. Ja, drücken wir einfach mal irgendwas. Oopsie. Monsters? Too ferocious to be of any use. I was about to get rid of them. Such timing. I charge you with their disposal. What, me? Wer sonst? I will tell you something interesting. The detention cells on 67 are being used to store items. The monsters you just released each hold a key for those items storage cells. Those storage cells may be holding some useful items. If you're interested, try to get the keys from the monsters. However, how you take the keys from the monsters you'll need to figure out yourself. Honestly, I don't find that very interesting at all. I don't find that very interesting at all. I'm sorry. Even if you fail, there is no need for concern. After three minutes, a tranquilizer gas will be released. Did you hear me? If you dispose of the monsters within three minutes, I will not report that you are responsible for the accident. Okay, sounds good. But tranquilizer gas, you say? Is it gonna tranquilize me as well? You won't need to worry if you finish within three minutes. This will be a good test to see if you truly are soldier. Huh-huh-huh-huh-huh-huh. Oh. I wonder if I wanted to do something again. I might now want to do something. auch meine meine liebsten freunde ja die erledigen in den verwahrungszellen befinden sich gegenstände allerdings nicht schüren verschlossen die monster tragen die zellen schlüsse bei sich gelingt es dir sie ihn zu stehlen kannst du dir die gegenstände unter den nagel reißen erledige sämtliche versuchsmonster ehe das schlafgas freigesetzt wird und sammelt die gegenstände in zellen ein da gibt es bestimmt hast du autodialog wieder kummer das kann ich auch hier aus dem pausen das wollte ich doch mal machen da gibt es schon auf eine trofie wenn ich alles kriege ja materia kann ich die überhaupt von hier aus ausrüsten ich glaube nicht irgendwas auf meister ja regina stehlen müsste relativ weit unten sein stehlen wie gut dass ich stehlen schon so weit aufgelevelt habe hier ja ich drück schon wieder ja alles 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 falsch zählt das mit zum kämpfen äh zum zur zeit der nee zum glück nicht ich habe ja schon angst gehabt ich dachte wir kann ich dann bitte alle in drei minuten erledigen Aber muss ich dann noch in drei Minuten alles eingesammelt haben? Warum? Warum? Oh, ich hab keinen MP mehr. Ich würde mich gerade gerne rufen und husten. Sekunde mal kurz. Boah, ja, war ein bisschen windig in letzter Zeit. Ähm, gut, egal, weiter. Here we go! Activating combat mode. Ah, der Schockthieb nimmt mir so viele MP weg. Das ist, das erklärt einiges. Ja. Da fehlt aber noch einer. Ne, warte mal, es sind sechs Zellen. Activating combat mode. Ja, es ist mir völlig egal. Man kann sich nicht so oft hauen, wie du willst. Ich hab eh keine MP mehr. Kann ich mal grad schnell auf die Karte gucken? Ja, wie ist es da noch? Wieder da rein, oder? Oder sind die auch zurückgegangen? Ah, da ist noch einer. Das sind dann fünf. Offensichtlich, weil oben links ganz groß die Zahl steht. Ah, da ist ja nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch alles geht. Wobei, die kamen ja alle so dicht beieinander. Und dann? Ja, nimm erstmal den letzten Schlüssel hier mit, Sack. Dann können wir uns in Ruhe die Zellen anfassen. Was? Oh Gott, ich dachte schon, ich müsste den noch hinterherlatschen wieder. So. Dann räumen wir noch die Zellen leer. Achso, ich hab grad... Ach doch, ne, hab ich? Ach, ich hab MP frei. Wenn ich mal dazu kommen will. Dann hier schnell zacki zacki alles einsammeln. Ich hoffe, da sind jetzt keine Monster in den Zellen. Ja. Ja, aber heil dich doch, Sack. Uh, wow. Na gut, wir machen was zum TP-Boost. Schick. Heiß, Frank. He. Weißt du, hast du mal nachgeguckt? Ja, 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 ja. Wir haben noch keine Zeit, Sack. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Zwei-Gil. Cool. Ah, meine, die hab ich aufgemacht. Oh Gott, jetzt find's aber auch Zeit. Das Aufmachen dauert länger als alles andere. Und ich guck jetzt auch nicht mehr in die Toiletten rein. Ja, 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 mach auf, mach auf, mach auf! Ja, 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 ja. Wir kennen das doch schon. Hallo. Auf. Ich hab gar nicht mehr geguckt, was ich so gekriegt habe. Ich will einfach nur alles aufmachen. Gut. Das war die letzte. Schon mal schnell umgucken. Oh, Attack-Boost. Nice. Geschafft! Krieg ich dann für eine Trophäe? Nein? Wow. Schnell, schnell zurück zu Hujo. Ist das die richtige Richtung? Hm. 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 Professor! Cleaning's done! Wie, Ich hab doch keine gegründeten Daten. Mit dem Essen, die du gezogen hast, sind euren. Aber ich hab wie normalen Zellen geschlossen. Für dich nicht mehr zu beschäftigen. Ich muss sagen, das sind das sehr interessanter Daten. Ja, Zellenbesichtigung. Trophäe erhalten. Nice. So, ist es jetzt hier in der Mitte? Ja. Aber ich habe keine Zeit, mir das noch anzugucken, weil ich muss das ganze Ding Pause machen. Weil ich gleich noch kurz was aufnehmen wollte. Ein paar neue Missionen. Und jetzt ist es schon wieder spät. Und ich muss morgen wieder früh raus. Also, dann danke ich euch bis hierhin schon mal fürs Zuschauen. Also irgendwann die Tage, mal gucken, kommt wieder eine neue Extra Episode mit Mission. Die wird, glaube ich, ein bisschen kürzer, weil es jetzt schon so spät ist. Mal sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Dann bis dann. Tschüss.